Liebe Lieben, ich dachte mir, ich mache mal jetzt ein Video, wo ihr sehen könnt, was ihr euch, was ihr denn euren Achatschnecken so als Weihnachtsgeschenk machen könnt. Und zwar habe ich mir da überlegt, ich habe mir die Gürken schon vorbereitet, die habe ich schon gewaschen, ja, und dafür braucht ihr verschiedene Ausstecher. Ich habe jetzt einmal diesen Stern oder was das heißt und einen Tannenbaum. Einfach so Keksausstecher, die wascht ihr ab und dann nehme ich mir einfach diesen Keksausstecher und mache den hier einmal auf die Gürke drauf und steche dann quasi hier einmal die Gürke aus. Ich habe das noch nie probiert, aber ich kam irgendwie auf diese Idee und dann dachte ich mir, das muss ich euch zeigen. Und schon haben wir einen Gurkentannenbaum. Dann können wir das auch noch mit dem Stern machen und was das auch immer sein soll. Und den Rest kann man denen natürlich auch reintun. Sieht ja auch nicht so schlecht aus. Und seht ihr das? Ein Tannenbaum und ein Stern, was auch immer das sein soll. Und das kann man ja auch reintun. Ich finde, das sieht jetzt auch nicht unbedingt so schlecht aus. Okay, also das war halt mal kurz meine Idee und dann dachte ich mir, das muss ich euch zeigen. Und ich finde das eigentlich ganz süß. Und dann kann man da, ich mache mal die zwei noch, dann seht ihr das auch? Ja, und ich finde das eigentlich eine ganz süße Idee. Dann haben die Achatschnecken auch noch was von Weihnachten. Ja, und dann kann man denen das einfach zum Essen geben, die Gurken. Kann man bestimmt auch mit Salat machen, aber ich weiß nicht, ob es da so gut funktioniert. Auf jeden Fall, ich finde das eigentlich ganz süß. Also, noch schöne Weihnachten. Tschüss! Tschüss!